Hallo, mein Name ist Alex und ich möchte euch heute den Kontrabass vorstellen. Der Kontrabass ist das tiefste aller Streichinstrumente, das heißt, man spielt es eigentlich mit dem Bogen. Man kann den Kontrabass aber auch genauso gut mit den Fingern anschlagen. Wie ich schon gesagt habe, der Kontrabass ist das größte der Streichinstrumente oder ist das größte Streichinstrument, was es gibt. Aber keine Angst, du musst nicht mindestens 1,70m groß sein, um dieses Instrument überhaupt spielen zu können, denn es gibt ihn in verschiedenen Größen. Das hier zum Beispiel ist ein Dreiviertelbass. Das zum Beispiel ist ein Viertelbass. Und für die ganz Kleinen gibt es auch einen sogenannten Minibass. Also keine Angst, es ist für jede Körpergröße möglich, dieses wunderbare Instrument spielen zu können. Der Kontrabass ist in extrem vielen Musikstilen zu Hause. Zum Beispiel gestrichener Form in der Klassik. Aber auch in modernen Spielstilen, zum Beispiel Pop, Rock, Country oder Jazz. Der Kontrabass wird zumeist als Begleitinstrument eingesetzt. Aber man kann auf ihm sowohl die Begleitung als auch die eigentliche Melodie spielen. Aufgrund dessen, dass es den Kontrabass in so wahnsinnig vielen Größen gibt, gibt es eigentlich auch keine wirkliche Altersbeschränkung. Das heißt, du kannst eigentlich mit der ersten Klasse loslegende Kontrabass zu spielen. Ich freue mich auf dich. Bis bald hier bei uns in der Musikschule. Ich freue mich auf dich. Vielen Dank.